Buben, Buben! themed Es sind der Auge, alle zwei, es ist Platz 10, dort kommt Leipzig über Frau Schäfer-Tauger. Und zum Auge 2 rufe ich jetzt die Kampfbau der 24, 31 Kilogramm. Alle Herren, es war alle, die nahe nur Erfahl-Tauger zum Auge 2. Schubsieger auf Anton Trahi, ist Kampel-Olarm von Chemnensieger auf Mannsfeldland. Die Schubsieger auf Anton Trahi, ist Kampel-Olarm von Chemnensieger auf Mannsfeldland. Die Schubsieger auf Mannsfeldland, ist Kampel-Olarm von Chemnensieger auf Mannsfeldland.